ja und genau die bescheuerten nehmen euch heute mit in den bikepark bärfelden ich war bisher einmal dort was aber nicht wirklich erfolgreich war und demnach auch keinen sinn gemacht hätte daraus ein video zu schneiden dementsprechend war ich gespannt darauf wie es laufen wird und ob ich mich diesmal auf die jumpline traue ja Ich hab mich aufgedrückt, ich hab mich aufgedrückt, ich hab mich aufgedrückt. Ah, eine Lieberhaftung. Ah, Pedale! Das ist nicht am Raus. F*** dich! Ah! Komm, mach Tempo! Alter Das ging gut Hat Laune gemacht Ja und wenn ihr den Bikepark bei Felgen kennt oder auch schon mal da wart, dann würde mich mal interessieren, welche Strecke ihr am besten findet Oha Ich habe keine Ahnung wo die Lagen Oha Alter Schwede ey Was? Achso 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 Wow. Oh, yo, 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 yo. Boah, scheiße, wirklich gar nicht, wo ich hier herzufahren habe. Nachdem ich mich ein wenig warm gefahren und auch warm gesprungen hatte, versuchte ich mein Glück auf der Jumpline. Oh Gott. 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 so, irgendwann teilt sich das auf so, irgendwann mal wieder Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß gar nicht mehr genau wo es hier her geht Oh Oh Scheiße Wenn ich ehrlich bin, hätte ich nach dem ersten Mal bei der Feld nicht gedacht, dass ich noch einmal wiederkomme Wer mich und meine Videos kennt, weiß, dass ich die Art von Parks bevorzuge, bei denen eine gesunde Mischung aus florigen und wurzeligen Trails besteht Nachdem ich mich aber nun ein bisschen an die Jumpline rangewagt habe, ist es mit einer der coolsten Parks, die ich je besucht habe und ich werde auf jeden Fall wiederkommen Ich bin gespannt was ihr dazu sagt und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Biken Liebe Grüße gehen raus, wir sehen uns bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal ARD Text im Auftrag von Funk